Hallo, mein Name ist Marc Vogler von Woodmeiser Deutschland. Heute zeige ich euch die neue LT15 Start, unsere kleinste Maschine mit der es auch ins Gelände gehen kann. Die LT15 Start gibt es auch als mobiles Sägewerk. Das Fahrwerk beliegt unter 750 Kilo, so dass die Säge mit normalem Autoführerschein gefahren werden darf. Die Achse sorgt für mehr Flexibilität in der Standortwahl. Über die fein verstellbaren Füße passt sich die Säge dem Gelände an. Durch die erhöhte Sägeposition wird der Stamm über Rampen und eine Seilwinde beladen. Bevor wir die Seilwinde lösen, muss der Stamm festgeklemmt werden. Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020